Hast du schon gehört? Rapper Rick Ross hat mies kassiert. Rick Ross hatte einen Auftritt in Vancouver, Kanada. Als letzten Track seines Sets spielte er den Diss-Track gegen Drake. Nicht ganz so schlau, wenn man im Heimatland von Drake auftritt. Anhänger von Drake bildeten eine Traube um Rick Ross, es entstand eine Diskussion, bis plötzlich der Mann auf der linken Seite ausholte. Das komplette Video dürfen wir bei TikTok nicht zeigen, haben es aber für euch auf unsere Website gepackt. Den Link findest du in der Bio. Als die Situation sich etwas entspannte, wurde Rick Ross in den Backstage-Bereich in Sicherheit gebracht. Doch dort eskalierte die Situation erneut. Es flogen Fäuste, Tritte, mehrere Verletzte und eine Person war sogar Knockout. Drake selber hat das Video scheinbar auch gesehen und erstmal schön ein Like gedroppt. Das komplette Video findest du unter klickboomentertainment.de. Den Link findest du in der Bio. Für mehr Rap-News mach das Plus weg und folg unserem Kanal. Ihr hält nicht auf dem Laufenden.